Was passiert mit mir? Ich muss mich erinnern. Okay, nochmal von vorne. Markt und Kaufland füllen Kassen. Neonlichter plackern grell. Menschen gierig Waren fassen, taumeln wie im Karussell. Städte schlucken Blechlawinen, spucken sie dann dröhnend aus. Manchmal bersten Cocktailminen hinterm Weihnachtswarenhaus. Düsenjäger werfen Bomben. Für den Frieden in der Welt und die Rüstungslobbyisten zählen Grinsen Weihnachtsgeld. Ich kann nicht mehr. Schöne Gangartverbeisten zählen. Ich versuche's gut, ich versuche's gut, wenn den Rüstungslobbyisten zählen. Vielen Dank.